Jo meine Freunde, was geht ab und willkommen auf BorderTV, Freunde. Mein Name ist Bayram Ali. Auf jeden Fall, Freunde, ich werde heute einen Nasen-Piercing-Prank an meinen Bruder machen. Leute, ich war bei Bijou Brigitte. Ich weiß nicht, ob ihr den Laden kennt. Das ist halt so ein Schmuckladen, da wo man Ohrringe, Mo-Ringe, wie ich das kaufen kann. Und ich habe danach gefragt, so Fake-Nasen-Piercing zu kaufen und die meinten, ja, hier gibt es welche. Und ich habe jetzt so ein Piercing hier für Nase gekauft. Ich zeige euch den mal kurz. Hier, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen sehen könnt hier. Und ich werde das gleich an meiner Nase dran machen. Dann werde ich halt warten, bis Mehmet kommt. Dann bin ich auf seine Reaktion richtig gespannt, wie er reagieren wird, wenn er mich mit einem Nasen-Piercing sehen wird. Also ich glaube, der wird schon durchdrehen, Alter, weil Digga, mit Tartushka war schon krass, Digga. Und wenn noch Nasen-Piercing, dann glaube ich, ist es vorbei. Freunde, auf jeden Fall, ich werde jetzt die Kamera platzieren und ich werde warten, bis er kommt. Keine Ahnung, wo der gerade ist, er ist irgendwie nicht zu Hause, keine Ahnung. Und ja, dann warten wir mal. Und Freunde, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram und Snapchat folgen würdet. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns jetzt bei YouTube abonniert und die Glocke einschaltet. Das ist sehr wichtig, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn wir ein neues Video raushauen. Die Kamera habe ich jetzt platziert und ich werde jetzt mein Nasen-Piercing dran machen. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. So, Freunde, ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Keine Ahnung, Alter. Wallah, ich fühle mich langsam richtig eklig. Auf jeden Fall, ich werde mich jetzt entsetzen. Ich werde keine Ahnung warten, bis er kommt. Und wenn er kommt, dann let's beginn. Viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020